Im Beisein der Amtsdirektoren und Bürgermeister des Landkreises stellte der Leiter der Polizeiinspektion Finsterwalde, Thomas Ballerstedt, in der Kreisverwaltung in Herzberg die Kriminalitätsstatistik 2018 für den Landkreis Elbe-Elster vor. Insgesamt ist 2018 ein Rückgang der Kriminalität in der Region im Vergleich zu 2017 zu verzeichnen. Elbe-Elster gehört somit auch weiterhin zu den sichersten Landkreisen im Land Brandenburg und in der gesamten Bundesrepublik. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist 2018 im gesamten Landkreis um 6,1 Prozent gesunken, wobei der größte Teil aller Verkehrsunfälle mit über 32 Prozent Wildunfälle sind. Ein deutlicher Rückgang ist auch bei Unfällen mit Verletzten zu verzeichnen. Er beträgt 14,3 Prozent. Bei Unfällen mit Personenschäden ist der Landkreis auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000. Allerdings gab es 2018 auch acht Unfalltote zu beklagen. 2017 waren es nur fünf. Auch die Zahl der erfassten Kriminalität sank 2018. Insgesamt wurden 5.607 Fälle registriert in Elbe-Elster. Mit 37,4 Prozent machen Diebstahlsdelikte davon den Löwenanteil aus, gefolgt von Rohheits- und Vermögensdelikten. Allerdings ist auch die Zahl der Diebstahlsdelikte so niedrig wie schon seit Jahren nicht mehr. Ein Rückgang ist auch bei der Gewaltkriminalität zu verzeichnen. Hier wurden 2018 nur 185 Fälle registriert. Die Rauschgiftkriminalität sank auf 221 Fälle. Mit 53 Prozent konnten mehr als die Hälfte aller Kriminalitätsfälle 2018 aufgeklärt werden. Bei den Straftaten insgesamt in den Ämtern und Gemeinden sind die Anzahl der Fälle in den großen Ortschaften des Landkreises naturgemäß höher. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Zahl aber rückläufig. Ein geringfügiger Zuwachs ist bei der Kinder- und Jugendkriminalität im Landkreis zu verzeichnen. Hier sind insgesamt 417 Tatverdächtige ermittelt worden. 20,5 Prozent der 2030 Tatverdächtigen ist unter 21 Jahre alt. Die Anzahl der Opfer bewegte sich 2018 in etwa auf der gleichen Höhe wie 2017. Allerdings muss man hier zwingend erwähnen, dass es sich hierbei lediglich um Opfer von Straftaten gegen Leben und Gesundheit handelt. Geschädigte von beispielsweise Handtaschendiebstählen werden nicht als Opfer in dem Sinne erfasst. Von den insgesamt 2030 Tatverdächtigen im Landkreis 2018 sind 15,1 Prozent Nichtdeutsche, wobei hier keine Unterscheidung zwischen Asylbewerbern, Asylanten und sonstigen Ausländern vorgenommen wurde. Auf die Kommunen umgelegt sind auch hier naturgemäß die höheren Zahlen in den Städten des Landkreises zu finden. Thomas Ballerstedt macht in seinen Ausführungen außerdem darauf aufmerksam, dass sich vor allem bei der Kriminalität unter den Asylbewerbern ein Großteil der Delikte innerhalb der Unterkünfte abspielt. So lassen sich die über 41 Prozent in Doblerkirch ein erklären, wo sich bekanntlich die zahlenmäßig größte Unterkunft für Asylsuchende im Landkreis befindet. Die politisch motivierte Kriminalität im Landkreis ist im vergangenen Jahr gegenüber 2017 gesunken. Insgesamt wurden 74 Delikte registriert, wovon 62,2 Prozent dem rechten Spektrum zugeordnet sind. Ganz konkret wurden 2018 46 politisch motivierte Straftaten aus dem rechten Lager gezählt und 16 aus dem linken. Fünf weitere wurden der politisch motivierten Kriminalität durch Ausländer zugeordnet und sieben weitere konnten nicht eindeutig klassifiziert werden. Der erste Beigeordnete, Dezernent und Kämmerer des Landkreises Peter Hans, führt die seit Jahren stabile Bilanz auf die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten zurück. Der Leiter der Polizeiinspektion Finsterwalde, Thomas Ballerstedt, ruft seinerseits die gute bis sehr gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kommunen und den Sicherheitsorganen hervor. Daran wolle man auf jeden Fall festhalten. Dezernent undер Die künstlerinnen und Herbst Die künstlerinnen und Schreiber